hallo youtube hallo internet und willkommen ja man sieht hier unweigerlich wir haben vor meist zu sehen und ich habe gesagt hey können wir eine runde alleine fahren und jetzt weiß ich ja nicht wie das ding angeht warte mal so wie kann ich jetzt oder schnell ist ja nicht gerade unterwegs wenn da zu wenig power auf jeden fall macht er sich optisch ganz gut um das steigern die 41 15 multi da er ja überall wird eingesetzt wird passt das ja so wir springen mal rüber in der zeit wo er hier rum macht denn wir müssen ja ein bisschen weiterkommen ich glaube so dieses entspannte selbst mal beackern und so das können wir noch machen aber erstmal geld verdienen linke machen die muss ich jetzt erst mal abtanken das war eine falsche taste das ist wirklich ich brauche die hilfe so warte mal rohr ausfahren dreieck ok werde ich nie drauf gekommen ich weiß nicht wie es euch geht ob ihr das schon alles so drin habt ok ja problem ist immer noch wir haben nur einen traktor und da muss ich ja mal gucken wie ich das gleich mache dann müsste ich eigentlich den anhänger mal hoch stellen dann können wir zur not dann selber ich bin hier dran ne 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 da müsste man den schneidwerkswagen ne auf dem feld nicht ne das machen wir jetzt nicht wenn sie über die straße fahren müssten dann würde ich jetzt ein schneidwerkswagen nehmen aber da wäre es nicht ein bisschen nämlich ging es mal nicht und ich fahre mal hoch zu unserem wir haben auch noch ein feld oder jetzt die falsche taste warte mal genau feld 38 da wollte ich hin man ist die ganzen tasten ok dann fahr ich den mal hoch wie man ist immer jetzt hier sehen da wollte ich dann natürlich das meist gibt es mal testen dass man es ja gekauft habe ist ja auch so ein bisschen so diskussionen geführt hat aber ich möchte halt auch ganz gern mal dem meis hier ernten so kann man hier am besten könnte man hier rechts hoch ne 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 hier geht es jetzt so im restaurant auch praktisch genau abends mal zu fuß hochgehen in die wilsschenke mit den anderen landwirten fach sind bin ich mir nichts mehr auf der zunge dass ich bauern sage ich versuche es zu vermeiden weil das sagt man wohl heutzutage nicht mehr ich hätte hier nicht lang fahren sollen oder ich wollte es ein bisschen eng mal schauen ne geht noch ok so ich bin ja noch so ein bisschen am planen dass ich auch mal das besser mit den regelmäßigkeit der folgen hinbekomme dass ich mehr staffelweise aufnehmen mir schwitter so im kopf vielleicht fünf folgen drei schon toll da muss ich mal gucken da brauche ich noch ein bisschen equipment also da wird meine festplatte wohl nicht reicht ist das hier unser feld da ist ja gar nichts drauf mist was ist das denn ich dachte die wäre raps oder so na super also ich werde ihn wieder mit nach hause nehmen dann müssen wir hier oben auch erstmal dünnen naja was soll's nicht so tragisch fahr mal wieder runter dann können wir den erstmal wegpacken ich weiß nicht, wie müssen wir ihn reinigen ne ist noch nicht noch sauber genug das geht noch und jetzt schon mal zuklappen jetzt schwirren wohl schon so die ersten ankündigungen vom nächsten landwirtschaftssimulator im netz rum mal gucken mal gucken, ob ich da noch mal ein paar offizielle infos für euch zusammenstellen kann die marke haben sie auch schon gesagt was da jetzt neu mit reinkommt aber ich hab schon wieder verdrängt weil die war nicht ich kannte die bis vorher überhaupt nicht ähm war ja kriegen wir noch raus so aber wir sind ja eh erstmal noch mit ls15 beschäftigt denn die ps4 kommt ja auch gerade erst raus so wir könnten dann nee, können wir auch nicht brauchen Geld ach sonst lasse ich ihn das Maisfeld erstmal fertig machen bloß der ist so langsam der fährt vielleicht mit 8 kmh jetzt hm ich glaube wir uns jetzt zur Not noch mal so einen kleinen Traktor kaufen ist auch doof ich glaube das Darlehen haben wir jetzt auch voll ausgereizt jetzt müssen wir nochmal eine Fuhrer Holz wegbringen aber so viel Holz habe ich da jetzt auch nicht mehr rumliegen das Einzelste, was wir machen könnten wir können natürlich auch nee, das fehlt mir dann auch so es fehlt dann doch immer der andere so, das hier unten, den wollte ich nutzen für den Drescher so, hier kommt das Schneidwerk noch hin so, dann müssen wir nee, erstmal umschalten senken okay naja, ich könnte doch hier stehen lassen geht ja auch warum nicht spring x sehr schön gut geparkt schöne Halle ja, und nu hätte ich gerne einen zweiten Traktor verdammt dann könnten wir jetzt hier gut was machen oder wir springen jetzt halt nochmal in den Forst während er hier beschäftigt ist und machen den Wald weiter platt denn so lange braucht er ja hier auch nicht mehr das ist ja boah, die Hälfte ist geschafft ähm ja, dann ist er ja bald wieder frei dann machen wir das mal so ich könnte dann hier auch schon mal den LKW wieder zurückholen denn den können wir auch mal wegpacken oder ich nehme gleich mit denn den Aufleger brauchen wir auch einen Forst aber nee gehen wir mal zum Move er wird dann noch geklaut jetzt und dann